Scheiben verdrecken auch immer mehr. Scheiße an dem Boden hier. Kontroll, wir haben Feinkontakt. Frontformation herstellen. Frontformation. Stehen bleiben, Alter. Stehen bleiben. Feinde im Nahbereich bekämpft von RPG darunter. Bekämpfendes Feinde im Weitenumfahr durch den Süden. Seiten und Hintern und am Achten. Podium, ich habe mehrere Feinkontakte aus. Von uns aus im Moment 11 Grad, ca. 600 Meter. 11? Ja, 11. Ich dachte, du hast keinen Grad. Achso, du hast einen Kompass. Nee, ich sag Uhrzeit, also Uhr. Ich sehe das ja, ich sehe es ja. Ich sehe das ja. Jetzt machen unsere Fahrzeuge oder die Infanterie machen das Platz. Nee, weiter dahinter. Viel, viel weiter dahinter. Okay. Wenn du dem Bogen die Straße rutschst. Ja, ja, alles klar. Alles klar. Und auf der Straße sind auch noch welche Richtungen. Okay, gut. Das hat echt gut geklappt. Front-Formation. Sack waren die Fernwies da. Echt? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich war im Feuern, weil wir vor uns... Doppelt so schnell wie in einer Übung. Mit die links von uns abgehoben. Du bist ja nicht stärker. Ja. Wie sieht es mit den Flanken hier aus? Alles gut? Ich habe Angst, dass wir etwas von der Seite rechnen. Ja. So. Sieht alles sauber aus. Flanken. Nichts zu sehen. Schütze? Ich kann ihn nicht hören. So kann ich ihn nicht hören. Hallo? Ja. Ja, irgendwas zu sehen. Negativ. Alles gut. Okay. Gut. Feinde soweit bekämpft von Position 1 aus. Sollen wir Konvoi wieder fortsetzen? Komm. Korrektur. Hinten sind noch Gegner. Auf 500 Meter. Geradeaus. Ähm. Ja. Negativ. Mobi. Nächstes Mal hätte ich gerne über den Konvoi-Funk erstmal eine Feindmeldung und alles was das hat gefehlt. So. Verstanden. Gedankt es sei durchgekommen. Werde ich in der Exploitation. Das finde ich nur unverlässig. Ich darf keine... Korrektur. Korrektur. Drei Feinde entlang der Straße. Gedankt sehe ich. Darf ich bekämpfen? Wenn ich kann. Ja klar. Wir behalten erstmal... Ich würde sagen die Fahrzeuge vorne. Jetzt sehe ich gerade, dass er im Ego scheint. Ist okay. Aber wir werden das noch ein bisschen länger hierbleiben. Ich habe noch ein R-WG. Da ist noch ein R-WG-Schiff aus dem Feld. Ich habe noch ein R-WG. Ich habe noch ein R-WG. Das ist ein R-WG-Schiff aus dem Feld. Da kommt noch ein R-WG. Da kommt noch ein R-WG. Da kommt noch ein R-WG gelaufen. Jetzt vier Kontakte. Da kommt noch ein R-WG. 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 Läuft ja echt gut. Aber schön die Seiten des Auge walten. Marinos, wo bist du denn? Echt nach 20 Meter weg. Okay. Ähm. Nur auf Heckenschütze und so. Ich hätte ja einen platziert, wenn ich. Kochen! Keine Sp decay! Da 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 Ja, so verstanden. Also wirklich, wir haben ja nur nicht mal die Hälfte geschafft und wenn da schon die Hälfte der Moni weg ist, wird das später schwer. Also sehr sparsam einsetzen, wenn es geht. Ja, so verstanden. Es tut mir echt leid, dass wir keine Munition für euch mitgebracht haben, aber unser Verteidigungshaushalt entspricht nicht gerade eurem. Ja, ja, passt schon. Ach, ich liebe solche Sprüche. Ja, verstanden. Gott, ich geh mal an die Front. Goike! Goike! Wie bitte? Ich geh an die Front, hab ich gesagt. Komm mit. Ich schütze meinen Körper. So, was seht ihr denn hier? Nur noch einen auf 1100 Meter. Ja. Okay, wollen wir dem vorbeifahren, dann abfrühstücken? Ja, komm mal. Viel mehr ist nicht mehr zu sehen. Haben wir eigentlich Wärmebild jetzt in den Dingo's? Okay. Also verstanden, das ist gut dann. Guck, wir bleiben nochmal fünf Minuten hier, überwachen alles. Da, wo die Folgen waren, liegt noch eine 176 Grad Entfernung, 716. Drei Mann, brauche ich noch. Ich glaube, die haben noch ein paar. Ja, ich glaube, die haben noch ein paar. Ja, ich glaube, die haben noch ein paar. Ja, ich glaube, die haben noch ein paar. Wow, ich guck da der Rücken, ja ich das mag's mir. Ich hab gehört, die müssen drei Jahre auf die Ausbildung. Also, fressen sie Stahlwolle. Ich hab so mitgemacht. Pfeffer, Pfeffer. Der hat auch getroffen. Ja, ich hab schon. Hab ich hingekriegt. Der im Busch? Ja, den hab ich gerade aufgeschaltet. Gut war's getroffen, da ja, von wegen. An die Amis und mal Dankeschön für die Waffe. Ich bedanke mich. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Der hat eine Waffe, ich mag ihn. Oh, haben wir einen Dead Ignite des Markzantorels? Ja. In der Zahn. Ja. Die Ausbildung soll schwer sein, habe ich gehört. Der gleich aus den Filmen, so jetzt Leute, kommt schon. Das sieht etwas, äh, ich bin noch konzentriert, das habe ich gelernt in meinem Ausbildung. Sind die alle abgestiegen, warum macht man denn nichts? Verluste? Verluste? Was denn? Äh, keine Verluste. Ähm, wenn Frontformationen kommt, dann kann ich mich abstellen. So, hier, Mr. Dingo-Schütze. Bitte. Ah, nee. Okay, alle absetzen. Sorry, das meinte ich ja. Ich achte überhaupt nicht mehr auf die Umgebung. Ich muss nur kommunizieren. Hören ihr mich da im Dingo? Jetzt geht's gleich weiter. Wüssten sie eigentlich, nee, eigentlich nicht. Da muss noch einer sein, den wollen wir eben vorbeifahren, dann bekämpft man. Die linke Seite. Die Linke Seite. Gut. Gut, Golf und Akku, komm. Golf, Hör. Eure Dingo-Dongos haben Wärmebild, ja? Positiv, wir sind gerade am scannen, soweit nichts mehr zu sehen kommt. Dingo-Dongo. So, verstanden. Dann, äh, Vorbereitung für Konvoi-Formationen herstellen. Verstanden, Dingo-1 steht schon richtig. Ja. Level-Dogs, hier ist das ja, cool, komm. Gut. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch größere Funken? Nur noch beeinzelte. Ja, die Hände halten uns hier und nur unnötig auf, äh, breitigsten Funken aufzusetzen. Verstanden, nimm. Wie ist das Ding nicht so dicht an meinem Kopf ab? So. Oh, da stell dich vor mir, Goyke. Achte schon auf dich, keine Angst. Ich hab zwei Tage, zwei Monate ausbilden müssen. Wir haben jetzt gleich Phase, Gabe. Hm, wir haben das. Ja, dann sollten wir vielleicht, äh... ... So. So. Gut, Devil-Dogs, geht wieder in Formationen. Jo, Bravo, ergibt sich gerade zurück auf Positionen. Alpha wird sich dann ganz normal eingehen und kommen. Aufsetzen. So, verstanden. Konvoi wiederherstellen. So, hier ist euer Operationsleiter über Konvoi-Funk. Wir hatten erfolgreich Feinde bekämpft, die sich aus 11 bis 1 hier gemeldet haben. Wir nehmen die Fahrt in 20 Sekunden auf. Such der Hambi dann auch da vorne. Ja, reiht sich gleich hinter den Dingo rein. Dingo, okay. Mitgekriegt habt ihr, dass noch einen Feinkontakt vorne links ist, den wollen wir... Ja, ja, den nehmen wir in den Beinen mit. Gut. Eins, los. Ja, wird's verder. Und wir auch. Schön. Ja, wer. Eins weiterhin, wenn Sie Chak-Chak sehen, melden Sie das. Eins, stopp. Hat der gerade über 148, äh, auf dem falschen Kanal? Nein, er hat 148,1 gefunkt. Ja. Ich bin ja nur auf 148,1. Ich glaube, der Börchen, ich weiß es nicht. Ja, der Börse. Gut. Ich kann mich von uns dürfen nur bis zum Tor hier machen. Was ist denn so ein Tempo machen hier? Guck mal. Was? Der wird ja noch langsamer. Der Dingo rast uns davon und der Hambi-Mor schlägt gleich ein. Eins, etwas langsamer. Geschoss. Front-Formation. Konnt war ja auflösen. Irgendwas ist hier im Busch. Geschneit. Okay. 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 Wo seht ihr was? Na, das ist nicht so gut. Kommt den Berg auf. Unmöglich. Unmöglich. Ja, schwierig. Moment. Horizont scannen, da ist noch vielleicht mehr. Schießt ihr da mit der MP5? Was schießt ihr mit der MP5 hier? Egal, ob seine Drückung. Erlaubt ist, geht gleich in der Mitte. Verstanden. Ach, Gott, Leute. Könnt ihr irgendwas sehen? Ja, da oben ist alles. Und kämpft. Warum fieb ich hier auch? Weil es einer drinnen ist, aber ich meine ja. Ja, ist drin. Ja, ist gut. Ja, alles. Ist das eigentlich klar? Ross, ich habe jetzt immer meinen Fahrer erlaubt, dass er sich in der Mitte. Äh, Stratus. Stratus. Ihr habt aber halt nicht gewöhnt. Stratus. Auto, auf die Sirene. Stratus. Äh, scan noch, noch, noch. Fein, soweit nicht zu sehen. Lene. Fahrzeug knert sich unverlogen von der Straße. Rettungswagen. Raufflug, Raufflug. Ey, das... Alter, Odeum. Das ist wie der Aktivisten. Wo ist denn der Chef? Ultimo, der Schuss ging gerade einen Zentimeter an deinem Kopf vorbei. Ich weiß, tut mir leid. Ich war total geschockt und du hörst auch hinter mir, loszuschießen. Du stehst auch nur noch vorne. Feuer einstellen, verdammt. Das war jetzt aber nicht 100% nicht berechtigt. Da sitzt noch einer drin. Oh Gott. Das ist ein Rettungswagen. Das war ein Rettungswagen, und wie du es früher hattest. Es geht, also den oberen schon gleich fünfmal nicht und der untere finde ich auch noch kritisch, stets zu bekämpfen. Mobisune, Black Harris zu mir. Zweites Fahrzeug. Jetzt gibt's Ärger. Oh Mann ey, wir schießen eigentlich alle in den Teilen mal wieder da. Okay, also ich hab alles... Ich hab... Was... Was war das? War das ein Anschlag oder was wollte das sein? Definitiv. Also ganz ehrlich, der ist immer schneller geworden und ist genau auf uns zugehalten. Der hat voll auch nicht gestanden. Sorry, da hab ich Feuerbefehl gegeben. Also wird's verkehrt werden. Ich hab ja richtig gehandelt. Und hinten, der ist aber bewandert. Falls da was auf YouTube landet, dann können wir sagen, ja, Deutschland wird hier richtig verteidigt. Meine Güte, der hinten war bewandert, was auch gestiegen ist, darum ist der auch bekämpft. Insofern... Ich würd vorschlagen, ähm, einer auf Overwatch hier Richtung Ost, erstmal. Wir bleiben hier noch etwa 5 Minuten, 10 Minuten. Soll ich den Dingo hinschicken? Ja, würd ich sagen. Am besten die 12, die sich dann wieder eingliedern kann. Richtung Osten, äh, raufbegeben. Ja. Gut. Informiert eure Truppen, was da passiert ist. Die wollen das sicherlich wissen. Und geht dann gleich weiter. Wenn der Dingo da alles gesehen hat, wenn er meint, da ist alles grün, dann geht's mal weiter vor. Okay. Auf der Kuppe da vorne, da müssen wir Chak-Chak sehen, ne? Gut. Oder? Ja, da oben vorne müssen wir Chak-Chak sehen. Oh shit, da müssen wir hier drinnen, äh. Wir sind aber schon ziemlich nah im Chak-Chak. Wird sich nicht, wird sich nicht erinnern lassen. Krankenwagen. Das sind nur 200 Meter. Check da ein. Ja, okay. Ja, gute Idee. Okay, werfe Kekso. Chef? Ja? Ähm, ich glaub, es würde vielleicht Sinn machen, den Krankenwagen auf IEDs zu prüfen, wenn der versucht hätte, uns in die Luft zu jagen, ist da vielleicht noch eine. Ja, gute Idee, machen wir das so. Ja, soll ich mal Alpha hinschicken? Geben wir eben noch durch. Ja, genau. Schick das IED-Team hin, wir sichern das von Ihnen. Alles klar. Alpha für Platoon. Golf von Haku. Wir werden jetzt den Krankenwagen noch auf IEDs untersuchen. Und wir bleiben dafür aber alle hier. Ja, Jungs, herzlich willkommen. Alpha, Alpha. Ah, okay. Haku, hier, Golf, soweit nicht zu sehen auf unserer linken Planke durch die Oro-Atschka. Ich wollte nur sagen, also die Irnten kriegen halt nicht so viel mit und, ähm, deswegen war ich ihn gerade durchgefunden. Aber das nächste Mal laufe Person nicht vorbei. Ja, sehr gut. Das ist echt knapp mit diesem Scheiß-Abulanz. Geuke? Ja. Viel Wasser? Nee, ich hab genug, sonst erschlägt mich mit dem Meister. Ich bin nicht hinterher, ich bin nicht hinterher. Ich bin hier der Bidget zu sich. So, so. das kann man gar nicht so genau sagen bei diesen hochkomplexen kranken waren ja genau das ist bestimmt versteckt unter den ganzen medikamenten so ist jetzt spannend auch musik auf der final count nicht alle drauf schauen sicherung einhalten sagt dein mann falls er den zivi retten kann dass er nicht zu retten ist mann jetzt muss ich schon wieder beschneiden wo sie schon wieder das video schon umschneiden die haben nur aus dem wagen gezogen ich meine ich kann sogar eine waffe sehen ja ich auch dann ist ihm nicht zu helfen das sehe ich von hier wir lassen uns nicht hier festnageln wegen dem warum nehmen die den mit warum nicht wir können den ähm wir können ihn befragen solche schweren ethischen entscheidungen hier ja wir nehmen den waffen gehen das ist nicht ganz verstanden als ich dem sagte dem ist nicht mehr zu helfen der lebt anscheinend noch sie bringen es zu verletzten ja zurückziehen das ist mir ungeheuer hier sagt einen truppen die sollen sich breit machen wieder aufzusitzen verstanden golf hier ist haku komm so platon geht hier man muss sich aufschauen breite deine truppen vor dass wir wieder weiterfahren mir gefällt die gegend nicht wir gucken uns jetzt chak chak an bravo kann dann wieder konvoy position einnehmen stein